198-199-201 Da fehlt irgendwas, aber keine Sorge, ich habe das 200. Review der 4. Staffel von Playzocker Reviews nicht vergessen. Dabei wird es sich um ein großes Special handeln, nämlich zu einem Film, der aktuell, glaube ich, relativ gefragt ist und das in Kürze folgt. Allerdings wollte ich euch heute noch einige coole, aktuelle Blu-Ray-Steelbooks zeigen, so unter anderem den britischen Release von The Princess Bride. Der Film erschien nämlich in Deutschland bereits 2003 als DVD-Auflage von Concord Home Entertainment, ist in der Version allerdings seit einiger Zeit auch schon wieder vergriffen und wird am 15. November 2013 von 20th Century Fox Home Entertainment einerseits als Neuauflage auf DVD und andererseits als Blu-Ray-Debüt veröffentlicht. In England gibt es den Film allerdings bereits seit April 2011 auf Blu-Ray zu kaufen. Im März 2013 folgte dann die 25th Anniversary Edition und Ende Oktober 2013 dann die dritte britische Blu-Ray-Auflage des Films, nämlich das exklusiv bei Zavi.com erhältliche Blu-Ray-Steelbook. Und genau das möchte ich euch im heutigen Video näher vorstellen. Bis zum nächsten Mal. Lionsgate hat das Steelbook wie von Fans gewünscht mit einem Backcover-Blatt aus dicken Papier ausgestattet, das nicht nur alle technischen Details und sonstigen Informationen enthält, sondern auch die Freigabe-Symbole auf dem Frontcover. Nachdem das Teil gar nicht am Steelbook angeklebt oder sonst wie befestigt wurde, kann man es ganz leicht entfernen, sodass wir uns schnell einmal das Front- und Backcover-Artwork des Steelbooks anschauen können. Das Frontcover bietet eine meiner Meinung nach wirklich coole Aufnahme der Hauptcharaktere des Films, ein vielversprechendes, atmosphärisches und vor allem gezeichnetes Bild, das sich an einigen Stellen den Steelbook-Effekt wirklich toll zu nutzen macht. So sehen wir diesen in erster Linie bei dem Filmtitel, bei dem Rauch im Hintergrund und auch bei einigen anderen Elementen wie beispielsweise den Waffen. Dadurch ist das Steelbook-Cover-Artwork nicht nur cool an sich, sondern macht vor allem einen besonders guten Eindruck, wenn man das Steelbook etwas bewegt. Ähnliches gilt auch für das Backcover-Artwork, das ebenfalls ein durchaus cooles Motiv zeigt, allerdings meiner Meinung nach nicht ganz so speziell ausgefallen ist wie das Frontcover-Artwork und das auch nur an einigen ausgewählten Stellen den metallischen Steelbook-Effekt etwas zur Geltung kommen lässt. Bevor wir das Steelbook öffnen, werfen wir jetzt noch einen Blick auf das Backcover-Blatt aus Papier. Da bekommen wir die übliche Mischung aus der Inhaltsangabe, Filmbildern, Details zu den Special Features sowie die technischen Informationen. Wichtig hier ist zu erwähnen, dass die Blu-Ray keinen deutschen Ton und auch keine deutschen Untertitel enthält. Öffnen wir das Steelbook, dann finden wir auf der rechten Seite einerseits die Blu-Ray-Disc und sehen, dass es sich um dieselbe Disc handelt, die bereits im März 2013 als 25th Anniversary Edition in England veröffentlicht wurde. Und wenn wir die Disc entfernt haben, bekommen wir Zugang zum Innen-Artwork des Steelbooks, das, wie man es aktuell irgendwie bei einigen Steelbooks antrifft, nicht in Farbe gehalten ist, sondern in Schwarz-Weiß. Was, finde ich persönlich, nicht wirklich hervorragend zu dem Film passt und was gerade bei einem Fantasy-Abenteuer-Film, von dem man sich eher farbenfrohe und fröhliche Bilder erwarten würde, irgendwie ein bisschen zweifelhaft ist. Trotzdem ist dieses Fecht-Duell relativ cool anzusehen und wenn man das Innen-Artwork des Steelbooks bewegt, merkt man, dass sich Lionsgate auch hier Gedanken gemacht hat, wie man die einzelnen Bild-Elemente optimal an den metallischen Untergrund anpassen kann. Für mich persönlich ist die britische Blu-Ray-Steelbook-Auflage von The Princess Bride ein wirklich gelungener, optisch ansprechender Release. Das Front-Cover-Artwork gefällt mir sehr gut, das Back-Cover ist ebenfalls gelungen und auch wenn ich mir persönlich etwas Bunteres als Innendesign gewünscht habe, kann man trotzdem sagen, dass die Artwork-Choices von Lionsgate durchaus ansprechend und gelungen sind. Wer sich von diesem Film eine Sammler-Edition im Steelbook wünscht, der kann hier bedenkenlos zugreifen. Das Steelbook gibt es in England exklusiv bei Zavi.com. Es ist auf 4000 Stück limitiert und bietet keinen deutschen Ton. Wer also den Film gerne auf Deutsch sehen möchte, der muss zur Mitte November erscheinenden deutschen Blu-Ray-Edition greifen. Da allerdings wird man sich ohne Steelbook begnügen müssen.